So, also falls ihr Probleme habt mit eurer Glatze und habt das Gefühl, dass alle immer da draufstarren und ihr wisst eigentlich nicht, was ihr sagen sollt, dann besorgt euch Weinbergschnecken. Den hängt ihr euch einfach an die Glatze dran und ich garantiere, dass alle Menschen um euch herum euch nie wieder auf eure Geheimratzrecken ansprechen, sondern nur auf eure Geheimratzschnecken.